Let us detonate tonight Wenn nicht, dann nicht Aber ich würde mich natürlich freuen Ja, wir haben im letzten Part Ein paar Umfragen gemacht Ihr wisst, ihr entscheidet sehr, sehr viel mit hier Im OlaMod auch schon seit dem letzten Jahr Die erste Frage war Sollen wir das Stadion renovieren, upgraden Oder einfach so lassen, wie es ist Und die meisten Leute, nämlich 55% Haben gesagt, pass auf Rafa Grade mal das Stadion nicht ab Sondern renoviere es erstmal Und das machen wir dann eben heute Das heißt, wir werden die Sitze Das war letztes Mal Das, worüber wir gesprochen hatten Na, komm schon, wo sind wir hier? MyOnaStadium Die Sitze auf jeden Fall schon mal Renovieren Ja, erstmal ganz wichtig Sitze So, 25 Millionen kostet das Wir haben oben, ihr seht das oben rechts Wir haben 326 Millionen gehabt 25 sind jetzt schon mal draufgegangen Aber wir verdienen richtig gutes Geld hier mit den New York Jets Weil der Markt einfach so riesengroß ist So, jetzt können wir mal schauen Als nächstes, was ist noch verbesserungswürdig? Wir haben eine Fanzone Die ist nicht so groß Concessions, das heißt Essen Ähm, ja die ganzen Sachen, die dazugehören Essen, Trinken Die entweder upgraden Auf dem Upgraden Oder renovieren Ja, 25 Millionen fürs Renovieren Und 30 Millionen für ein Upgrade Ähm, witzigerweise bei Renovieren kriegen wir ein besseres Rating Kann das sein? Und was ich auch noch gleich in der Abstimmung direkt noch mit hinterher Würde ich einfach mal sagen Ähm Also machen wir noch Den Team Store Der ist eigentlich ganz gut Renovieren oder Upgrade Ähm Das sieht alles noch gar nicht so schlecht aus Aber wir lassen es erstmal bei Concession Ihr könnt ja mal unten Vorschläge in die Kommentare schreiben Ähm, ob wir Was wir von den anderen Sachen noch upgraden können Oder jeweils renovieren Je nachdem, was eben gerade ansteht Was ich auf jeden Fall noch machen wollte Ist nochmal checken Beim Marketing Die Verkäufe Der Trikots Ähm Das wollte ich auf jeden Fall nochmal checken Und jetzt sieht es schon besser aus Wir hatten ein Heimspiel Und bei Heimspielen wird generell einfach Ähm, immer mehr Geld umgesetzt Und wir sehen, es ist hier anhand von Le'Veon Bell, CJ Mosley, Jamal Adams Und Le'Veon Bell hat jetzt richtig gut Geld umgesetzt 540.000 Damit sind wir, wenn wir Glück haben Sogar mal in den Top 10 Na, es reicht Nicht ganz Julian Edelman Aber wir sind nah dran Ja, wir sind nah dran mit Le'Veon Bell Also der hat auch im letzten Spiel echt geliefert Ähm Und deswegen hier echt gut, dass er so viel Ähm, Merchandise Umsatz generieren kann für uns Ähm, dann war noch die Abstimmung nach einem Nose Tackle Und die meisten von euch haben gesagt Ja, doch, pass auf, wir signen noch einen Nose Tackle Ähm, und dann werden wir das auch machen Ich schaue mal einfach auf den Free Agent Markt Und wenn wir einen günstigen kriegen Ähm, die Folge ist dann, dass wir Quinn und Williams Als Right End in Zukunft umstellen werden Und Das werden wir dann hier auch mal machen Wo haben wir das? Added Player Und Quinn Williams wird dann statt Defensive Tackle Right End Passt auch besser Passt einfach besser Ähm, er ist kein Nose Tackle Er ist einfach viel zu schmal Viel zu athletisch Ähm, für einen Nose Tackle Ähm, in einem 3-4 System musst du Einen richtig starken Jungen in der Mitte haben Ähm, ja, deswegen Quinn Williams hier die erste Amtshandlung Für uns direkt mal Ja, ihn als Right End aufzustellen in Zukunft Das heißt, wir haben jetzt zwei Williams Zwei gute Williams in der Defensive In der D-Line Einen links, ein rechts Einmal Leonard und einmal Quinnen Ähm, in der Mitte schauen wir jetzt mal Ob wir da irgendeinen guten Nose Tackle Noch an Land ziehen können Äh, was wir auf jeden Fall auch noch machen sollten Ist heute darauf achten Dass wir unser Defensive Goal für Polite erreichen Unter 250 Yards, glaube ich, kassieren Aber Das kriegen wir hoffentlich hin Sieben Minuten Viertellänge Wolltet ihr auch haben Haben wir übrigens auch eingestellt Ähm Und Polite in einem 3-4 System Da braucht man einen Pass Rusher Und deswegen wird Polite hier auch Die Pass Rush Moves Entsprechend abgegradet bekommen Ähm, so, ich glaube wir haben jetzt Die ganzen Abstimmungen Zumindest mal abgearbeitet Wir gucken jetzt auf jeden Fall Nach dem Nose Tackle Ob wir noch einen finden Nose Tackle Wie gesagt Ich hab schon gesagt Es kommt drauf an Ob man eine 3-4 Defense spielt Also mit drei D-Lineern Oder Äh Und vier Linebackern Oder eine 4-3 mit vier D-Lineern Und drei Linebackern Die, je nachdem Muss man eben das Personal Entsprechend auswählen Und so ist es so Dass wir jetzt in einem 3-4 Wenn nur drei Jungs vorne In der D-Line stehen Ähm, die brauchen generell Ein bisschen mehr Gewicht dann Vor allen Dingen eben Wenn man in der Mitte So Muss ich mal gucken Wo müssen wir hin Im Proof Team Da unten ist es Free Agents Schauen wir mal Ob wir irgendeinen haben So um die über Über 75, 80 overall Großartig Traden wollte ich dafür nicht Das ist auch jetzt nicht Sinn der Sache In der ersten Saison Aber einfach irgendeinen dicken Jungen Da Hinstellst du Not Helfe ich selber aus Ja, ganz einfach Ähm So, Defensive Tackle Wollen wir es Ich bin schon dreimal vorbeigegangen Glaube ich Da Und dann machen wir hier Ja, es sind nicht so viele Gute Auf dem Markt hier Wie schwer ist er 325 Das kommt der Sache Zumindest mal ein bisschen näher Ähm Haben wir noch Einen richtig dicken hier Wir gucken mal runter 300 320 340 Aber der hat nur 65 overall Das ist natürlich dann doch Äh Keine optimale Mischung Glaube ich für uns Ich glaube der Kollege da oben Der war Oh 345 Ja, das ist ein Nose Tackle Ja Das sind Nose Tackle Aber 325 Ist glaube ich Ein ganz guter Kompromiss Haben wir selber einen Der 325 ist Oder hat Mit viel Äh Mit viel Blockchat Mal schauen Nicht, dass wir hier Irgendeinen holen Den wir dann am Ende Gar nicht brauchen Ich schaue nochmal Anderson Was wiegt der Was bringt der auf die Waage 301 Das ist zu wenig McClenton bringt 310 Hat 79 So ein 15 Pfund Das ist jetzt auch nicht Die Welt 82 Blockchat Hat der 86 Strength Wir gucken mal Wie viel Blockchat Der andere Kollege hat Wenn nicht Lassen wir McClenton Einfach da Als Nose Tackle spielen Ähm Dann passt das Soweit auch für uns Ah 68 Blockchat 93 Strength Aber nur 68 Blockchat Den brauchen wir nicht Dann bleiben wir bei McClenton Lassen ihn als Nose Tackle spielen Und Ja Heute Geile Partie Leute Geile Partie Gegen die Ähm Cleveland Browns Jetzt muss ich kurz überlegen Oh Gott oh Gott Gegen die Cleveland Browns heute Ähm Ich bin gespannt Wie die neue Line performen wird Wir müssen auf jeden Fall eben Darauf achten Dass wir in der Defensive Nicht zu viel zulassen heute Da hat ja Polite Dieses Goal Bekommen Dass wir da ein bisschen Was machen müssen Oder er muss einen Sack machen Oder eine Interception Oder irgendwas in die Richtung Wir gehen jetzt auf jeden Fall Rein in die Partie Ich hoffe ihr habt Spaß beim Video Leute gebt einen Daumen nach oben Wenn es euch gefällt Unglaublich krasse Support 400 beim ersten Video 200 jetzt schon Beim zweiten von gestern Abend Komplett krass Vielen vielen Dank Für den Support Und jetzt einfach viel Spaß Euch Musik Find the way it, find the way out Find the way out Find the way it, find the way out Find the way, find the way out Und wir starten in diese Partie Wie gesagt, ab sofort sieben Minuten bei der Viertellänge Das heißt, ja, die Videos sind ein bisschen länger Und wir schauen mal, wohin die Reise geht Und das ist die Interception von CJ Mosley Erstes Play und wir haben das gerochen Baker Mayfield startet hier gegen uns mit einer Interception Das kann nicht wahr sein, was für ein geiles Ding Aber den haben wir so weggesnackt, Mann Den haben wir so weggesnackt Unglaublich, ich wusste genau, was er da hinspielt Guck mal, und dann gehen wir da hin Bah, einfach schön weggesnackt die Pille, ey Das sind unsere New York Jets, Junge Das sind unsere New York Jets Da wird auch gar nicht rumdiskutiert Das ist einfach wie Le'Veon Bell Und der taggt sich durch die Mitte durch Direkt mal 8 Yards Raumgewinn hier für den Kollegen Letzte Woche seht ihr hier 13 Rushes, 88 Yards Ein Rushing Touchdown und ein Passing Einen Receiving Touchdown hat er ja auch noch gehabt Der Mann hat auf jeden Fall einen richtig guten Job 14 Yards noch in die Endzone Ja, schneller Ball, kurzer Ball auf Crowder Und auch der war soweit erst einmal komplett Ich bin sehr gespannt Ob wir vielleicht auch bald die ersten Punkte machen können Decker, alles doof Wir lassen es hier mal bei dem Laufspiel Und das ist Bell und der schlingelt sich da durch Ihr seht, das ist ein richtiges Gewusel manchmal Ähm, hier im neuen Madden Und jetzt, ja, viel Druck nach vorne Viele Leute vorne an der Line Das heißt wahrscheinlich ein Pass Rush Und damit da hinten Was ist das denn? Lol Habt ihr das gesehen? Inaccurate, aber wie? Aber wie, meine lieben Freunde? Das ist ja krass Der hat ihn ja in eine ganz andere Richtung geworfen Der war ja nicht mal auf die richtige Seite geworfen Ich hab Y gedrückt Und jetzt schauen wir mal Ja, reicht nicht Le'Veon Bell, keine Ahnung Der Pitch hat nicht gut funktioniert Und das haben die Browns jetzt gut verteidigt hier Die Browns heute in Weiß Zu Gast bei uns im Madlife Und man muss dazu sagen Nächstes Heimspiel Das heißt, wir werden auch hier wieder gutes Geld verdienen heute Schön ist das Vor allen Dingen für Vertragsverlängerungen Die werden demnächst auch anstehen Da bin ich sehr gespannt Dürft ihr natürlich wieder mitentscheiden Wie ihr das Ganze am liebsten mögt Welche Spieler wir verlängern sollen Welche eben nicht Und die Browns sind natürlich auch ein Team Das dieses Jahr viel Hype bekommen hat Ihr kennt sie von uns aus der Karriere Von vor zwei Jahren Ich muss sagen All-Time-Ranking GTA-D Owner-Mode Ist der weit mit vorne Der Cleveland-Browns-Owner-Mode Weit mit vorne Hat unfassbaren Spaß gemacht Ihr habt ihn unfassbar gefeiert Ähm Und Ja, es ist ein Team Die sind mir seitdem wirklich ans Herz gewachsen Haben jetzt aber auch echt Ein echt gutes Team Und Baker Mayfield einfach ein Quarterback Den ich unfassbar gerne mag Äh Und von dem ich auch wirklich sehr viel halte Baker wird die Liga auf jeden Fall noch bereichern Da bin ich mir sehr, sehr sicher Und ich bin auf jeden Fall gespannt Was die Browns da aus diesen Möglichkeiten machen Viele von euch sympathisieren sicherlich auch mit ihnen So, der ehemalige Underdog Da ist es dann doch so Dass dann viele Sympathien Da sind Da haben wir ihn Odlebacken Junior mit der Nummer 13 Mit dem Catch Ja, neu Im Team Der Superstar von den New York Giants Gewechselt Nach Cleveland, Ohio Und sorgt jetzt hier mit Baker Mayfield Und seinem College-Kumpel Jarvis Landry Äh, Landry Mit dem Namen hab ich's manchmal ein bisschen Ha Äh, Jarvis Landry Zusammen hier Für Action in der Offensive Und das ist eigentlich eine coole Geschichte Mit den beiden Landry und, ähm OBJ Wie gesagt Damals schon im College Zusammengespielt Und echt Ja, beste Freunde eigentlich Die beiden Und das ist natürlich jetzt absolut cool Dass die beiden Zusammen auch in der NFL Nur in einem Team sogar spielen Und zusammen hier Zeigen können Was in ihnen steckt Beides gute Receiver Und ich bin gespannt Was sie da Zeigen Kareem Hunt Ja, eine sehr umstrittene Personalie Da hab ich meine Meinung Glaube ich schon zugesagt Running Back Klar Spielerisch Einer der Besten der Liga Brauchen wir nicht drüber reden Ähm Aber Menschlich gesehen Für mich das Thema durch So, 30 Yards noch in die Endzone Und da auf Außen gespielt Wieder von Baker Der versucht es ein bisschen Das Spiel in die Hand zu nehmen Bisschen Ruhe reinzubringen hier Und ich hoffe natürlich Er kann heute nicht so glänzen gegen uns Er kann das gerne in den anderen Wochen tun Aber nicht heute gegen uns Schön gespielt Wieder Odell Beckham Junior Mit dem Catch Vier von fünf Backer Und gerade auch für OBJ Vielleicht echt eine gute Sache Jetzt bei den Browns zu sein In Cleveland ist jetzt nicht unbedingt so viel los Eine Stadt wie L.A. oder so wäre wahrscheinlich schlechter gewesen für ihn Der doch ganz gerne im Rampenlicht steht Jetzt halten wir die Browns hier auch beim Field Goal maximal Und das ist gut für uns Ausgleich Cleveland gleicht aus 76 Overall übrigens hier Beide Teams Das heißt Da durchaus Ja, ein gewisser Gleichstand Was das Overall Rating zumindest angeht So Run Pass Option Oh, wieder komplett verzogen Und man sieht das echt Under Pressure Und man ist schnell under pressure Hier in Madden 20 Werden die Würfe sehr, sehr ungenau Offensive Pass Interference Wenn ich das schon wieder lese 1.20 Da kommt bei mir aber direkt mal die Galle hoch Das kann aber wohl nicht wahr sein So A könnte entweder frei werden RB Kurzer Ball Das war jetzt wichtig Das war jetzt wirklich wichtig Also den Noch Angemane gekriegt hätten Ansonsten wäre der Sack auf jeden Fall da gewesen So 2004 Wir spielen den Ball kurz auf Levy on Bell Und der kämpft Boah Weltklasse Ganz ehrlich Richtig gut, Mann Neuer Ball B ist Ja Wieder Schöner Catch von Crowder War auch auf einer guten Route Hier unterwegs Tatsächlich Zweiter und zwei Und wir laufen mal Können wir den nicht nach links laufen? Ne, können wir nicht Und hier kämpft er wieder Levy on Bell Und es ist wichtig für uns Einfach einen Running Back zu haben Auf den Verlass ist Wo wir sagen können Hey Der Junge macht das Viel Viel, viel, viel Leute Jetzt hier Ja, Darnold kassiert den Hit Hoffentlich keine Verletzung Das ist immer das Wichtigste In solchen Aktionen Dass das einfach relativ Klimpflich ausgeht Laufspiel Oh, Weltklasse Levy on Bell Komm schon, Levy on Komm schon Ah, es reicht nicht ganz, Mann Es reicht nicht ganz Drei Yards noch Aber wie der Weltklasse Lauf hier von ihm Fünf Russians 45 Yards Überragend Ganz ehrlich Das ist überragend, Mann So, drei Yards noch In die Endzone Ah, hat er gekämpft Hat nicht gereicht Ich wollte es aber auch Erstmal probieren Eigentlich mit einem Lauf Aber wie gesagt Hat es hier einfach nicht gereicht Andersen auf die Mitte hier Crowder Oh, Darnold am Boden Es reicht nicht Die Defense ist da Und die verteidigen hier gegebenenfalls Den nächsten Touchdown Das kann nicht wahr sein Dann machen wir echt einen guten Job hier Aber wir müssen versuchen Hier sie irgendwie dazu zu bringen Entweder Fehler zu machen Oder zumindest in der falschen Defensive Hier raus zu kommen Da ist er frei Da ist er frei Unser Tide End Mit dem Touchdown Yes, Mann 10 zu 3 Führung Also die Partie könnte auf jeden Fall Länger werden Weil die Cleveland Browns Sind ein Team Die einfach mitmachen können Die mitspielen können So, die Browns starten An der eigenen 27 Kareem Hunt Diesmal nicht mit dem Ball Oh, und dann laufen wir da vorbei Das kann nicht wahr sein Was war das denn bitte für ein Ding Da läuft der Verteidiger Einfach unten weiter Okay, das war jetzt natürlich Eher suboptimal Sag ich mal Browns Weiter in Ballbesitz 2-3-1 Übrigens die Cleveland Browns Werdet ihr auch bei uns In der Community Franchise sehen Die werde ich nämlich dort spielen Die finden also eine kleine Rückkehr Hier auf GTA D Und ich hoffe, da habt ihr Bock drauf Oh, schön gespielt Oh, OBJ Und das ist halt Deswegen, er hat halt die Klasse Er hat halt die Klasse Der Touchdown Cleveland Baker Und OBJ Das funktioniert hier heute schon richtig gut Und da hat er uns richtig stehen lassen Der Superstar Der Browns Mit dem Touchdown Mit dem Ausgleich Das wird heute ein enges Ding Mann Das wird heute ein richtig enges Ding Sam Dunn Das wird natürlich auch Einfach mit Wichtigster Bestandteil Und schaut euch das mal an Crowder Boah, sehr schön Mit dem Spin Move Hier noch stehen lassen Ganz ehrlich Hohe Große Partie hier Große Partie Bis hier Da ist viel drin Nächstes Play Und da ist er Durch Ich meins Garrett müsste das gewesen sein Mit dem Sack Wir müssen aufpassen 250 Yards So sieht es doch aus 250 Yards Dürfen wir nicht zulassen Oder weniger als 250 Yards Und die machen hier ein gutes Spiel Bis hier in die Browns Weltklasse Sehr schöner Ball, Mann Ins Auslaufen Die Zeitanheiten Sam Donald 107 Yards Ein Touchdown Und es gilt jetzt einfach hier wirklich Ein gutes Gespür zu bekommen Das ist Le'Veon Bell Ab ins Aus Ab ins Aus Man versucht jetzt hier natürlich Nicht so viel zu laufen Das ist wichtig Kurzes Fenster Kleines Fenster Incomplete Schade Ganz ganz kleines Fenster Aber perfekt getroffen Den Wurf 17 Sekunden Dritter und Zwo Und Anderson will ich hier Auf einer Kleinen Route sehen Da kriegt er den Ball auch So, Timer Wir haben noch Timers Wir haben First Down Der First Down war jetzt erstmal das Wichtigere Ja, dass wir hier nochmal drei Versuche bekommen 13 Sekunden ist eine Menge Zeit im Football Und Sam Donald Der ist natürlich der Leader hier Der soll der Leader sein in der Offense Dafür wurde er geholt Und da ist der Catch Und da ist der Touchdown 10 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit Leute, wir sind da Ja, wir gehen hier wieder in Führung Alter, geile Partie, Mann Geile Partie einfach Macht richtig Spaß, Mann So, Baker bekommt nochmal den Ball Snap kommt Und der Lauf Über Kareem Hunt Aber jetzt Die nehmen sogar nochmal einen Timer ab Die wollen es wissen Ihr seht Ja, die Browns sind heiß, Mann Genauso heiß wie wir auf diese Partie Die wollen es hier einfach komplett wissen Und jetzt kommt sogar nochmal Die probieren es, ey Die machen es Die gehen all in hier Schöner Ball Catch Wir dürfen nicht mehr als 250 Yards, ey Das Schöne ist Dadurch, dass wir den Touchdown Hier kurz vor der Halbzeit Noch machen konnten Es ist jetzt uns auch möglich Hier ein Two-Possession-Game draus zu machen Weil wir bekommen den Ball hier in Halbzeit 2 Und haben dementsprechend die Möglichkeit Hier die Führung auszubauen So, Halfback Slip Screen Pass Ja, die haben sie gut verteidigt Da wären wir aber durchgekommen Wenn er ein bisschen mehr Antritt noch gehabt hätte Aber ganz ehrlich Ist jetzt nicht so, dass Bell jetzt langsam wäre Das ist halt definitiv auch nicht der Fall Boah, mein Scaraday Der Junge ist unnormal Der Junge ist unnormal Ihr seht das Der kommt da durchgeschossen Wie einfach ein Tier Die Nummer 95 Zweiter Sack Heute von ihm Richtig gutes Spiel Bisher Ein Komplett So, jetzt haben sie uns verteidigt Haben sie gut gemacht Vor allen Dingen Miles Garrett natürlich Hier ein riesen Anteil daran Dass wir unser Spiel Nicht so richtig aufziehen konnten Und der Punt kommt Und ich hoffe, der ist ganz okay Ja, der Catch kommt aber auch Ärgerlich Ja, wir lassen es aus An der 32 So, es bleibt also weiter spannend Kein Two-Possession-Game Boah, gut gemacht Schön gespielt CJ Mosley jetzt mit dem Tackle Browns gegen Jets Ja, eins aus Kein großer Raumgewinn Baker Mayfield hier trotzdem Eine sichere Variante gewählt Für zwei Yards Aber er wird ihn suchen Er wird Odell Beckham Jr. suchen Und wir haben das halt schwer Jarvis Landry OBJ am Start Wieder ein guter Ball Schöner Catch Und die machen es einfach Wirklich gut Die machen es gut Die spielen ganz ruhig Am Anfang der erste Ball Direkt die Interception Aber der Baker hat sich Davon nicht unterkriegen lassen Der Typ ist eine coole Socke Hat sich davon nicht Unterkriegen lassen Direkt ein schneller Ball Hier auf OBJ Und er bekommt jetzt mal Ein Hit hinten Aus der Secondary Aber trotzdem wieder Erheblicher Raum gewinnen Für die Gäste 23 Yards noch Wir wollen auf jeden Fall Den Touchdown verhindern Boah, diese schnellen Dinger Unglaublich Unglaublich Wie viel Eier der Mann hat 2000 Inches Hand über die Mitte So ist es Ordentlich Er hat die Er böse Hit Aus der Secondary Diesmal von Jamal Adams Muss das gewesen sein Aber es geht weiter Es geht weiter Die zeigen hier Dass sie Bock haben Auf diese Saison Dass sie Bock haben Auf dieses Jahr Hand Gestoppt Wichtig hier Von Williams 8 Yards Und Goal Und damit die Führung Erstmal weiterhin Bestehen für uns Jetzt also maximal Hier ein Field Goal Für die Cleveland Browns Und das ist drin 13 17 Wir bleiben vorne So Donald Auf Bell Und er holt einen kleinen Raumgewinn raus Für uns Für sein Team Und wir schauen mal Ob es das auf die andere Seite Auch klappen wird Viele, viele Leute Und der war wichtig Mann Der Spin Move War so wichtig Und damit haben wir Ordentlich Leute stehen lassen In der Situation Dritter und 1 Anderson Und Crowder Bekommt eine Drag Route Und dann hoffen wir Natürlich hier Sehr schön Guter Ball First Down Und wieder schöner Ball Auf unserem Thailand Letztes Viertel bricht an Leute Wir brauchen hier auf jeden Fall Ein Field Goal Ja Wir wollen den Touchdown Vorne bleiben Brauchen auf jeden Fall Das Field Goal Vor allem schaut mal In Halbzeit 2 Noch keine Punkte Von uns Und unser Publikum Will natürlich Ja komm Die wollen Die wollen den Touchdown Sehen hier Die wollen den Touchdown Sehen Alter Das ist unglaublich Also diese Line Was die an Druck macht Das ist unfassbar Also schön ist anders Muss man wirklich sagen Schön ist tatsächlich anders Gut gemacht Sterling Mit dem Catch Mit dem First Down Und jetzt sind wir In Field Goal Reichweite Meine Güte Yes Mann So Pitch Und da hätten wir Vielleicht doch Eher komplett Über außen laufen sollen Ich weiß es nicht Wäre vielleicht Aussichtsreicher gewesen Wieder viele Leute In der Box Da möchte ich auch Sehr ungern Eigentlichen Lauf machen Der Action Pass Und da hinten ist er frei Und das ist ein Touchdown Pass Ja Sam Darnold Schöner Touchdown Pass Auf unseren Teil Denn dritter Receiving Touchdown Bereits für ihn in der Saison Meine Güte Richtig gut Und Sam Darnold Heute ganz cool geblieben In der Situation In Führung ausgebaut Und jetzt Sind wir hier Vorne Jetzt sind wir hier Elf Punkte vorne Two Possession Game Und jetzt müssen die Browns sich strecken Jetzt müssen die richtig Gas geben So Neuer Erster und Zehn Der Touchdown müsste jetzt Relativ zügig kommen Wenn sie jetzt nämlich zu viel Spielzeit hier verlieren Oh Was schon catcht Gegen zwei Mann Gegen zwei Das kann man gar nicht zu hoch Anerkennen hier Und wie gesagt Wenn ein Typ Eier hat Dann ist Becker Mayfield Als Quarterback Ich feiere den Mann Ich feiere ihn Ich weiß man merkt das Oh wieder gut gemacht Schöner Ball First Down Die gehen hier nach vorne 14 von 19 Für 200 Yards Es wird langsam schwer Wir müssen Polite mal Auf den Sack bringen Müssen gleich mal versuchen Den Kollegen da ein bisschen Rein zu bringen Wieder ein Catch Und die halten jeden Ball Da zweifelhaft fest Und man merkt einfach Die Interceptions Sind generell schon schwerer Sofort Start Offense Das ist gut Das kommt uns entgegen hier 2.06 Und Polite Wie gesagt Der soll hier gerne Ein bisschen Druck machen Der soll gerne Druck machen Auf Becker Vielleicht ihn weg snacken Oh oh Da können wir wieder Mit dem Catch hier 250 Ist mir langsam knapp Es wird langsam Etwas knapp hier Für die Herausforderung Für Polite Um sein Development Hoch zu bekommen Es wäre schon schön Wenn wir das schaffen 25 Yards noch Die dürfen nicht mehr Allzu viele Yards machen Ja Und das war es schon Das war es wahrscheinlich schon 250 Passing Yards 240 Passing Yards Alleine Plus die Rushing Yards Da sind wir über 250 Das heißt wir müssen jetzt Entweder eine Interception Oder einen Sack machen Mit Polite So 8 Yards noch Jetzt müssen wir Ich will den Sack Ich will den Sack Mit Polite Hier irgendwie Erzwingen Zur Not Kein Touchdown Baker und wer ist da May Kein Sack Aber alles Schade Dass das nicht polite war Ein Yard noch zu gehen Dritter und Goal Ist egal Wann Wir müssen auch Ein Field Goal Erstmal machen Und das ist fast Die Interception Fast aber auch nur Und sie gehen jetzt Fürs Field Goal Das ärgerlich Das ärgert mich Wir hätten das Development Von ihm Das wäre natürlich Weltklasse Wenn wir das hochkriegen würden Im besten Fall Machen wir einen schnellen Touchdown Versuchen dann Weiterhin Das Ziel zu Oder so Scheiße ey Das war jetzt nicht der Plan Ehrlich gesagt Jetzt sind wir zwar wieder In der Defensive Aber das war jetzt nicht der Plan Das hier So Über die Über die Schiene zu machen Fumble Bitter Und ich hoffe Jetzt kommt irgendwann Der Sack zustande hier OBJ Wird gestoppt Und der ist gefährlich Aber wir sind jetzt Sowas von deutlich drüber Über diese Yards Man Wieder OBJ Der kämpft ey Der kämpft Das wird hier nochmal eng Nein Wir steuern mal polite hier Und da Da ist der Sack Aber nicht von polite Sondern von Lennon Williams Quinn Williams Wer war es Die Browns mit 6-6 gegen uns Und der Yu Sein hier weiter Polite Komm schon Incomplete Incomplete Wir haben das development von Polite nicht hochbekommen Ist ein bisschen schade Junior Heute 162 Jahr Schaut euch das an Der hat eine richtig starke Partie gemacht Das habt ihr glaube ich auch so gesehen Und ich schau mal Ob wir jetzt eine Nachricht kriegen Wegen dieser Aufgabe die wir hatten Sam Donald Schon wieder ready Für ein Upgrade Und wie gesagt Nicht Improvisor Nein Das hat gehangen Ey Jetzt haben wir Throw and Run Na ja Egal ey Ist aber auf jeden Fall Ein bisschen ärgerlich Das wollten wir so nicht machen Ja Polite ist nicht so zufrieden Ihr seht das Das war nicht die Performance Die er sich erhofft hatte Ja schade Mann Schade Echt ärgerlich Aber es ist wie es ist Zwei Siege trotzdem Guter Start für uns in die Saison Wir sind Tabellenführer Stand jetzt erstmal Nächste Woche Wichtiges Duell Gegen die Patriots Also jetzt nicht nächste Woche Sondern dann die nächsten Tage Bei uns hier Gegen die Patriots Und ich hoffe trotzdem Es wird euch gefallen heute Gebt einen Daumen nach oben Ich hätte die Aufgabe gerne geschafft Hat leider nicht gereicht Aber ja Wie gesagt Checkt Insta unbedingt aus Da läuft auch demnächst Noch ein Gewinnspiel an Ihr wisst Bescheid Für Madden 20 Also da auch gerne Euer Glück Versuchen Und abonnieren Und liken Wie auch immer Und ansonsten Wünsche ich euch noch Einen schönen Tag Macht's gut Haut rein Euer Raphael Von GabeTesticle Ademann